Ihr kennt die Regeln. Keine Handys, keine Kameras, kein Social-Media-Schwachsinn. Also, heute Abend gibt es kein Alarm und keine Überwachungskameras. Wer bis 22 Uhr nicht draußen ist, der muss bis morgen früh hier drin bleiben. Es ist ein Gefühl, das einen überwältigt. Ein Tor zu schießen. Es befreit. Es ist der Augenblick, in dem die Zeit stillsteht. Das Herz stehen bleibt. Ein gutes Match ist besser als jeder Drink, jede Droge. Alle Sinne in deinem Körper sagen dir, dass du am Leben bist. Das ist das Leben. Wo sind die alle geblieben? Was macht zu? Was habt ihr für die Hänge aufgefasst? Das ist das Leben. Halt. 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 Na. Halt. 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 Untertitelung des ZDF, 2020